Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Diabolf 20. Ja, ich dachte mir heute wird es mal ein bisschen Zeit folgendes vorzubereiten. Zum einen das Applied Energistics System hier ein wenig schöner auszubauen und eventuell Überlegungen zu machen, wo wir den Maschinenpack hinbauen wollen. Ich überlege ja immer noch irgendwie hier drüber fast. Beziehungsweise vielleicht ein Stück hier in die Richtung, dass wir es ungefähr hier so drüber haben. Ja, da müsste eigentlich Platz genug sein. Da müssen wir nur ein bisschen gucken, dass wir vielleicht ein bisschen höher machen als die Mobfarm und ein bisschen höher als das Kabel, was dort liegt. Und dann sollte das eigentlich fast schon passen. Gut, ich wurde auch noch mal öfters gefragt, wie das mit dem Crafting hier funktioniert. Beziehungsweise was man dafür braucht. Zum einen braucht ihr hier eine 4K Crafting Storage Cell. Eine für jeden Auftrag, den ihr später vergeben wollt. Das heißt, ihr habt ja nicht mehr einen großen Cube wie bei Applied Energistics 1, sondern im zweiten Add-on, jetzt sag ich mal, nee, im Teil 2 von Applied Energistics, habt ihr hier diese Crafting Zellen, die ihr noch updaten könnt. Das heißt, ihr könnt mehrere Crafting Zellen zusammentun und ihr Speicher ist einfach nur nachher dafür da, wie groß das Rezept ist. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie, lass mich mal gucken, hier, mit den Solarpanels kann man es am besten sehen. Wenn wir zum Beispiel 300 Stück davon croften wollen, dann brauchen wir 51.750 Bytes. Die hier hat 4.000 Bytes. Das heißt also, dass dieser Crafting Auftrag ist viel, viel größer als das, was die Zelle ist. Und da könnt ihr nachher mehrere zusammenschließen und die sozusagen verbinden. Die können aber immer nur gleichzeitig einen Auftrag ausführen. Das heißt, wenn ihr die trennt voneinander, das heißt, wenn die nicht zusammen connected sind, das heißt, wenn sie wirklich direkt Block am Block sind, dann sind es zwei einzelne, separate Crafting CPUs, die dann sozusagen jeweils einen Auftrag zu je 4K auftragen können. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier Batterien herstellen, aber gleichzeitig könnte ich zum Beispiel auch Generatoren herstellen. Also das eine wird dann sozusagen von dem verarbeitet und das andere wird von diesem verarbeitet. Das nur so als Info nebenbei. Das bringt aber jetzt im Prinzip noch nicht euer Auto-Crafting. Euer Auto-Crafting, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Rezepte habt, die ihr hier am Crafting Table vornehmen wollt, dann braucht ihr so einen Modular Assembler. Und der, was der eigentlich kann, ist folgendes. Rezepte bzw. Beziehungsweise Rezeptes, die hier reingelegt werden, werden automatisch gecraftet mit Strom natürlich, logischerweise. Und um das Rezept dafür reinzulegen, schließt ihr einfach ein Interface. Das hier ist so ein Panel-Interface. Das heißt, wenn ihr den normalen Block habt, könnt ihr den ja ins Crafting-Fenster legen und dann kriegt ihr so ein modulares Interface, was sozusagen an eine Seite connectet. Es funktioniert mit beiden, also wie gesagt, kein Problem. Und der hat ja hier unten im Prinzip seine Patterns-Halter. Und das sind so im Prinzip dann die Rezepte, die dann in dem Modular Sampler dann benutzt werden. Das können aber nur hier Rezepte sein, die auch wirklich über den Crafting Terminal funktionieren. Rezepte, die ihr an Maschinen macht, müsst ihr regulär immer noch mit dem Interface dann in die Maschine rein tun. Also wie zum Beispiel hier haben wir jetzt ein Pattern gemacht für Zertus-Quartz oder für Kohle. Das haben wir gesagt, eine Kohle. Daraus wird eine pulverisierte Kohle. Und der schickt jetzt sozusagen in die Maschine die Kohle rein und dann wird die pulverisiert. Die durch die Maschine, das haben wir jetzt natürlich automatisiert, geht es wieder zurück ins Interface und dadurch weiß er, dass das Rezept dann abgearbeitet ist. Aber wie gesagt, auch das hält diese ganzen Rezepte, die ganzen Aufträge, das halten dann sozusagen hier diese Storage-Cells. Und was man noch machen kann, ist folgendes. Es gibt hier noch die Crafting Co-Processing Unit. Das heißt, innerhalb der Rezepte verschiedene Aufgaben modular zu bearbeiten. Das heißt also, wie zum Beispiel bei den Solar Panels, dass er automatisch gleich Kohle bearbeitet oder noch irgendwelche anderen Aufträge halt gleichzeitig macht. Innerhalb sozusagen der CPUs. Ich meine, die CPU und die CPU können verschiedene Tasks gleichzeitig machen. Aber mit diesem Co-Processing Unit könnt ihr einfach verschiedene Maschinen gleichzeitig innerhalb einer CPU ansprechen. Und was sie noch macht, sie verschnellert automatisch das Crafting. Also zum Beispiel, wenn hier an dem Modular Sampler irgendwas gecraftet werden soll oder so, das verschnellert sie halt einfach, die Aufträge halt schneller durchgearbeitet werden. Und dann gibt es noch den Crafting Monitor, der dann einfach anzeigt, was aktuell gecraftet wird oder von der CPU halt. Gut, das nur mal kurz erklärt, weil ich ja doch öfters drauf angefragt wurde, wie das da nochmal funktioniert. Und ich dachte, ich hoffe mal zumindest, dass das jetzt ein wenig vielleicht klarer geworden ist. So, ich nehme die mal mit. Oh, da gibt es natürlich jetzt eine ganze Menge Rezepte, die ich jetzt hier mitzunehmen habe. Aber kein Problem. Das machen wir ja gerne. Und das eine, was ich nochmal ausprobieren wollte, ist folgendes. Einen Augenblick. Da sollte ich vielleicht mit der mal drauf noch hauen. Ist folgendes. Und zwar haben wir ja einige gesagt, dass man trotzdem noch mehr anschließen kann an den Modular Assembler. Das werden wir ausprobieren heute definitiv. Oh Gott, das sind so viele Rezepte. Das sind so viele Rezepte. Gut, dann fangen wir mal an. Und ich denke mal, die Rezepte, die werde ich hier hingehend einbauen. Mitten in das Gerüst hier sozusagen. Und da werden wir dann hier auch wieder einen eigenen Anschluss an den Controller bauen. Aber wisst ihr, was wir vorher nochmal machen müssen? Ist natürlich wieder Strom hinzufügen zum System. Einen Augenblick. Wie mache ich das dann am klügsten? Jetzt gerade nur, dass es erstmal wieder funktioniert hier. Laufen wir einmal ganz kurz hier eben rum. Rum zu, rum zu. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Kann ich es theoretisch hier hin anschließen? Haben wir nicht irgendwas, was automatisch... Da wäre es ganz ideal, glaube ich gerade. Wenn wir es hier anschließen, dann passt es eigentlich. Dann müsste das System wieder laufen. Hoffe ich zumindest. Einen Augenblick. Ja, das sieht ganz gut aus. Das heißt, wir werden hier... Obwohl, das können wir theoretisch noch an das Kabel mit anschließen. Müssen wir gleich mal gucken. Müssen wir gleich mal gucken. Wie wir es am besten anschließen. So, die haben natürlich keinen Strom hier, logischerweise. Weil die ja nicht mehr an dem System hier hängen. Weil hier das Kabel fehlt. Theoretisch kann ich so machen. Und dann haben wir hier auch wieder unser ganzes System drin. Ähm, das will ich aber ganz gerne ein bisschen mittiger machen. Das heißt, die brauchen wir gerade eh nicht. Ne? Weil Lava wird gerade eh nicht benötigt. Das heißt, der Endertank kann hier definitiv mal weg. Und dann können wir... Ui, äh, wo habe ich denn jetzt... Habe ich die Wrench da gerade hier wieder reingelegt? Natürlich habe ich die Wrench da wieder reingelegt. Dann können wir das hier auch mal ein bisschen kurz kürzen. Äh, okay. Jetzt habe ich das ein bisschen, glaube ich, zu viel gekürzt. Da muss jetzt nur Power hin, ne? Ja, korrekt. Das heißt, äh, die kann ich mal rein. Ups, einen Augenblick. Die können mal rein. Die können mal rein. Ah, jetzt habe ich die Power Conduits da wieder. Nein, das ist eben getan. Okay, kein Problem. Conduits holen wir uns nochmal schnell. Das wären die hier. Korrekt. Korrekt. Perfekt. Das heißt, das ist alles soweit angeschlossen. Die bekommen alle weiterhin Power. Ähm, wie gesagt, die wandern dann oben in den Maschinenpark rein. Und das hier kommt dann hier hinten mit rüber. Das heißt also, wir werden hier wahrscheinlich, ähm, eine Reihe Storage Cells. Storage Cells ist ja schon hier. Ähm, ME-Drives hinbauen. Ähm, habe ich noch ein paar Blätter, ist die Frage. Habe ich noch Leaves? Dann kann ich das ein bisschen, ein bisschen verschönern. Äh, hier sehe ich gerade keine drin. Da sehe ich keine drin. Hier sind noch 20 grüne. Hier habe ich noch 64 von denen. Dann nehme ich doch erstmal die hier. Äh, und verschöner das da Ganze eben ganz kurz. Äh, was können wir hier noch reinwerfen? Das brauche ich gerade nicht. Das sind alles Rezepte. Alles Rezepte. Die könnte ich theoretisch auch gleich schon mal aufsetzen. Wir haben wieder. Okay. Das heißt, das machen wir mal wieder raus. Das heißt, hier fange ich mal an. Das heißt, hier hätte ich das ganz gerne dann so. Und dann machen wir das trotzdem einfach hier jetzt geschlossen. Damit es ein bisschen hier wieder nach Raum aussieht. Ein bisschen, aber auch nur ein kleines, kleines bisschen. Das lenkt mich da oben sonst einfach so sehr ab, wenn das da zu auf ist. So, okay. Das kann wieder weg. Und das schließen wir dann hier auch so ein bisschen. Die werde ich nachher auch noch weiter abschließen. Beziehungsweise das hier. Auch, dass das mit hier wenigstens mal so eine halbwegs vernünftige Wand wird. Machen wir das mal erstmal hier soweit fertig. Äh, das schließen wir da mal zu. Und das machen wir hier zu. Das heißt, die Wand hier, das werden unsere ME Drives. Das heißt, da haben wir neun Stück. Das sollte passen. Und hier, hier hingehend machen wir dann, ähm, unsere schönen Modular Assemblers. Das heißt, hier nehmen wir mal einen von raus. Und jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Das heißt, wenn ich jetzt einen hier hinsetze. Ähm, wobei, lasst mich mal überlegen. Dann müssten wir ihn theoretisch aber nicht da hinsetzen. Sondern theoretisch müsste ich ihn hier hinsetzen. Ich werde es mal ausprobieren. Wie gesagt. Äh, ja, theoretisch. Hehehe. Hehehe. Lass mich mal überlegen. Ne, wir machen das schon so. Dann werden wir die Fronts vielleicht nicht nutzen. Das ist ja egal. Ähm, ich setze den mal trotzdem hier hin. Und wir werden ihn jetzt einfach mal mit zwei Anschlüssen machen. Das Problem ist, ähm, wenn wir mehrere Anschlüsse haben, sollte jetzt kein großes Problem sein. Aber die Sache ist ja, ähm, die Rezepte, die er drin gespeichert hat, ähm, sind ja folgendes. Oder man muss sich folgendes mal überall vorstellen. Ähm, er kann ja immer nur dann craften, wenn das Ding natürlich nicht benutzt wird. Das heißt, wenn ich viele Crafting-Rezepte habe, ähm, auf einem, auf einem Assembler drauf und das nicht splitte, dann habe ich die Gefahr, dass, ähm, ähm, äh, äh, dass das Ganze stockt das System. Das heißt, wenn ich verschieden, nachher mit verschiedenen, ähm, ähm, äh, was soll ich hier gucken, mit verschiedenen, ähm, Crafting-CPUs arbeite, äh, wäre es sinnvoll, wenn wir die doch trennen. Ich meine, die kosten ja nicht so viel. Okay, es kostet ein bisschen, ein bisschen Speicherplatz, aber wisst ihr was? Also ein bisschen hier unsere ME-Controller. Aber, ich meine, die können wir ja noch weiter ausbauen. Das ist, also es sollte kein großes Problem sein. Hoffe ich zumindestens. Hoffe ich zumindestens. So, dann fange ich das hier nochmal ganz kurz so an. Und dann setzen wir die einfach hier hin. Und von unten werden die dann beliefert. Okay. So, jetzt muss man ganz kurz gucken, ob ich ein paar, ähm, ähm, äh, ein bisschen ME-Cable noch habe. Ein bisschen habe ich noch. Und dann schließen wir die schon mal wieder an. Für die Rezepte. Ähm, das heißt, von hier aus kommt das Kabel. Und das schließt sich dann hier hingehend an. Perfekt. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was für Rezepte wollen wir zusammenfügen. Ähm, ich würde sagen, die Crystals können wir mal zusammenfügen wieder. Ähm, und jetzt werden wir zum Beispiel Sachen wie, ähm, äh, die Sachen, die häufig von Applied Energy Edition, von zum Beispiel, ähm, von Industrial Craft, eventuell gleichzeitig gecraftet werden können, könnte man theoretisch sozusagen separiert, ähm, aufbauen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel gleichzeitig könnten hier zum Beispiel Batterien und, ähm, die Circuits gebaut werden, dann passt das zum Beispiel, ne? Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meinen oder sagen möchte. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein Rezept habe, wo die gebraucht werden und die gebraucht werden in Massen, immer, immer gesehen in Massen, ähm, dann hat man hier vielleicht den Kleinfotter. Ähm, wie gesagt, das ist vielleicht Pille-Palle. Ähm, aber ich mache es trotzdem einfach mal, was soll's. So, man weiß ja nie, man weiß ja nie. Dann mache ich das und das da noch rein und, ja gut, der Rest kommt dann nun mal hier mit dazu. Äh, achso, das war ja genau, das war Bronze. Okay, ich wollte gerade schon sagen, was ist das denn, bitteschön? So, das heißt, die haben jetzt, die sind die ersten Crafting, ähm, Crafting-Sachen. Und theoretisch könnte ich das auch theoretisch noch ein bisschen anders machen. Theoretisch kann ich das theoretisch auch anders machen. Äh, folgendes. Bitt mir das Kabel da auch nochmal eben wieder her. So, dann kann das da nochmal wieder weg und das da nochmal wieder weg. Und dann bringe ich das einen hier nach vorne. Ich denke mal, das sieht ein bisschen schöner aus. Und da setzen wir dann die, ähm, den ME-Drive hin. So, mit den ganzen, ganzen, ganzen guten, ähm, ganzen Dists. So, die alle schön brav wieder hier rein. Und die werden wir jetzt auch noch upgraden. Ich denke mal, mal gucken, ob wir dafür noch genügend Platz haben. Aber ihr seht auch schon, es wird hier, äh, etwas, etwas ruhiger. Ja, etwas viel, viel ruhiger. Also, beziehungsweise, es sieht ein bisschen schöner alles aus jetzt. Mittlerweile. Ähm, hoffe ich zumindest. So, das heißt, das, das. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was ist. Oh, Autsch. Entschuldigung, Entschuldigung. Bin ich außer dem gegen meinen Mikroständer gekommen, wenn es ein bisschen laut geworden ist. Das hier ist die Mitte, theoretisch. Das heißt, hier setzen wir einen hin und an die Fläche setzen wir einen von den Terminals hin. Ist so oder so die Frage, ob ich, äh, will ich, ah, komm, ich lasse das Terminal trotzdem hier an diese Seite. Ich wollte gerade fragen, ob wir das Terminal überhaupt hier behalten wollen. Okay, das heißt, das eigene Terminal kommt hier hin, das andere Terminal kommt da hin. Und dann passt das eigentlich. Das heißt, ich kann das hier wieder zumachen. So. Und das hier so zu machen. Und dann brauchen wir das Ganze nur noch ein bisschen abcovern. Und dann haben wir im Prinzip wirklich hier nur noch zwei Schaltflächen, ähm, die, die, äh, die hier, äh, gerade sozusagen am Gang sind, am Wirken sind. Und das hier werden wir vielleicht nochmal unterteilen müssen, wie gesagt, weil es ja ein bisschen mehr Geräte nachher werden könnten, dass wir die halt auf einzelne Controller halt dann, ähm, anschließen werden. Ja, aber so habe ich mir das gedacht, sodass es so aussieht. Ähm, wie gesagt, wir könnten noch theoretisch mal mit dem Gucken, ähm, wir könnten mal gucken. Aber vielleicht reicht es, vielleicht können wir uns doch überlegen, dass wir jeweils vielleicht zwei, zwei Interfaces pro Modular Assembler, zwei oder drei vielleicht sogar, machen. Von oben und vielleicht von, das will ich vielleicht noch von hinten anschließen. Ähm, ja, drei könnte man vielleicht machen, weiß ich noch nicht. Überlege ich mir nochmal, überlege ich mir nochmal. Ähm, theoretisch, ein Augenblick, lasst mich mal kurz gucken. Nach ABC ist das wieder so mit sortiert. Nach Nummern. Ich habe übrigens bei Query nochmal ganz kurz die, die Sachen wieder abgeholt. Da war ja wieder einiges drin. Ihr merkt das schon. Hier ist wirklich wieder, wieder einiges, äh, im System. Auch wieder an, an Iron hier, ne. Ja, Iron ist auch eine ganze Menge wieder da. Müssen wir einfach nochmal wieder alles aufschmelzen. Und vielleicht mache ich oben im Maschinenpark oder so, oder ich mache hier unten nochmal, ähm, eine Automatisierung oder so rein, die, die, äh, die automatisch sozusagen alles, alles einschmilzt. Muss ich mal schauen, weiß ich noch nicht so ganz genau. Überlege ich mir nochmal, überlege ich mir nochmal. Ähm, das passt hier aber schon mal, das passt hier aber schon mal. Gut. Äh, was, was, was hab ich jetzt, was wollte ich vorhaben? Ach ja, genau, korrekt. Wir wollten die, die Zellen, äh, die, die Storage-Zellen ein wenig, äh, vergrößern. Und, ähm, dafür brauchen wir mal ganz, oder gucken wir mal ganz kurz, was wir so an Quarz hier haben. Davon haben wir noch 5. Das reicht definitiv nicht. Das heißt, ich mache mal 30 Stück. Ja, das ist eine ganze Menge, aber, ähm, was fehlt denn? Eigentlich dürfte nichts fehlen. Ach ja, doch. Haha, seht ihr das? Deswegen können wir nicht craften, weil wir haben keine, keine Crafting, äh, ähm, CPUs mehr gehabt. So, wie mache ich das denn die? Ich setze erstmal beide erstmal so hin. Das heißt, die sind getrennt und wirken sozusagen als einzelne CPUs. Das kann ich mal ganz kurz eben einmal, einmal nochmal demonstrativ zeigen. Ähm, einen Augenblick. Einen Augenblick, das wollte ich einfach nochmal ganz kurz eben gezeigt haben. So, wenn ich jetzt Next drücke, steht die hier automatisch. Aber ich kann die CPUs auch anwählen. Das seht ihr, CPU 1, äh, beziehungsweise 0 hat 4000 Storage. Und CPU 1 hat auch 4000 Storage und haben keine Co-Prozessors halt, ähm, in ihrem System. Wenn ich jetzt, äh, den hier nochmal rausnehme und den damit anschließe, dann müssten die beiden sich ablinken. Das tun sie und theoretisch müssten sie jetzt als 8K fungieren oder war als eine. Seht ihr? Genau, jetzt habe ich nur noch eine CPU, aber die hat halt einen größeren Speicher. Für unsere kleinen Rezepte momentan würde sogar theoretisch der 1000 erreichen. Dann kann man einfach wesentlich mehr, mehrere von denen machen und auch gleichzeitig einfach mehrere Sachen auto-craften. Gleichzeitig, nebenbei halt, wie gesagt. Wenn er halt, ähm, auch natürlich auf die Interfaces, wo gerade gecraftet wird, auch zugreifen kann. Wie zum Beispiel Maschinen oder sonstige Sachen. Das ist natürlich immer Voraussetzung an dem Ganzen. Ähm, so, das wollte ich jetzt nochmal ganz kurz hier machen. Und dann kann ich Start drücken. Da muss ich nochmal ganz kurz eben überlegen. Funktioniert das? Ach, der muss ja hier den Quartz aufbauen. Ähm, da wollte ich nochmal überlegen, wo ich die hinsetze. Setze ich die vielleicht hier hin? Habe ich hier genügend Platz, dass ich hier ein bisschen rein kann? Theoretisch schon, ne? Wie gesagt, die müssen ja nicht allzu groß werden. Ich meine, wir können ja noch die, die ganz großen bauen. Für mehr Speicher. Ähm, ähm, wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Da, hier oben haben wir sie ja. Äh, wir haben die 1K, die 4K, die wir momentan haben. 16 und 64K. Ja, ich meine, wenn wir zwei 64Ks oder so zusammentun, da hat man schon, ich denke mal, eine ganze Menge mit, 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 äh, mit Platz. Ich meine, guckt allein, wenn wir hier sagen, wirklich, äh, wir wollen mal, äh, 256 Solar Panels herstellen. Äh, das kostet uns, sagen wir mal, gerade 44.000 Bytes, äh, kriegen wir sogar mit einer 64K-Zelle gebaut, ohne da großartig Probleme zu mitbekommen. Also wie gesagt, das funktioniert, äh, funktioniert reibungslos und definitiv. Sehr schön, sehr schön, sehr, 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 sehr schön. Äh, jetzt, hier kann man theoretisch auch reingucken, ähm, wie weit, wie weit im Prinzip das Ganze ist. Und momentan scheduled er gerade wo? Wo hat er gerade Probleme? Start 14, start 14. Crafting 2, scheduled 28. Ah, okay. Hier hat er Probleme, das zu craften. Sand und Zertusquartz, dust. Okay. Das Rezept scheint falsch zu sein. Habe ich da irgendwas Falsches aufgetan? Ein Augenblick, das muss ich mal ganz kurz eben hier canceln, das Rezept, und die nochmal ganz kurz hier nehmen. Da, äh, scheint irgendwie, irgendwie Missstand zu herrschen. Warum auch immer, löschen wir das Ganze nochmal. Sollte eigentlich ja richtig sein, ein Zertusquartz und ein Sand. Zeig dir doch hier auch an. Gibt es Zertusquartz-Seed? Ha. Einen Augenblick, vielleicht gebe ich den Sand hier hin und das Zertusquartz dann erst da rein. Macht das vielleicht mehr Sinn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber normalerweise sollte das kein, kein Problem darstellen, ähm, dass er das craftet. So, tun wir das Ganze da nochmal rein. Und schau noch mal, ob er es dieses Mal hier eventuell annimmt. Äh, so. Und zwar 30 next. 30 zu craft. Start. Gucken. 2 zu craft. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Warum craftest du die nicht? Wir probieren mal ganz kurz etwas anderes. Äh, wir canceln das Ganze eben wieder. Kein Problem. Wir probieren mal ganz kurz ein anderes Rezept, was er hier hat. Ähm, und zwar probieren wir mal hier genau. Wir probieren mal einen Circuit. Und gucken, ob das gecraftet wird. Weil sonst hat er irgendwie gerade Probleme mit den Seeds. Wobei, die haben wir ja schon öfters gemacht. Irgendwas haben wir beim Umbauen gerade vielleicht falsch gemacht? Eigentlich nicht. Eigentlich haben wir alles so gemacht, wie vorher auch. Next start. Gucken. Äh, äh, er startet den einen hier. Startet 2. Startet 6. Ich glaube, er hängt gerade auch jetzt hier fest, oder? Achso. Da sitzt noch was drin. Tatsächlich, er kann das nicht craften. Kriegt er hier keinen Strom her? Habe ich zu viele Sachen angeschlossen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, es könnte sein, dass ich 19, dass ich zu viele, äh, viele Sachen angeschlossen habe. Aber die habe ich doch vorher hier auch dran gehabt, oder nicht? Einen Augenblick. Das kann doch jetzt nicht sein. Ähm. Äh, das können wir relativ easy, 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 easy probieren, indem wir einfach mal eben ganz kurz hier gucken. Ähm, Flux. Genau, von denen habe ich noch welche. Perfekt. So, dann schließe ich das Ding mal hier ab. Das ist immer ein sehr guter Weg, wenn man hier die großen Kabel noch hat, dass man eben gucken kann, wie viele Verbündungen man hat. Ne, ich habe sieben. Sieben Channel, sagt er auf jeden Fall. Das heißt, das dürfte noch theoretisch funktionieren. Hä? Hä? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Kann der denn nicht von unten? Doch, das muss er doch normalerweise craften können. Aber es steht auch 0%. Aber es steht auch 0%. Also wie gesagt, das Rezept legt er hier vernünftig rein, aber er zeigt es rot an. Warum zeigt er es rot an? Was haben wir hier für ein Rezept drin? Probieren wir noch mal ein Rezept aus, was hier drin liegt. Äh, ein Furnace. Lass uns mal ein Furnace craften. Ist ja nicht so teuer. Irgendwas hat sich gerade aufgehangen. So, 8 zu craft. Wir haben ja zum Glück auch noch eine zweite CPU. Aber auch die scheint gerade nicht craften zu wollen. Werde ich verrückt oder was? Warum craftet ihr denn mitte schon nicht? Können wir vielleicht... Vielleicht können die Interfaces auch nur von der Seite benutzt werden. Ein Augenblick. Vielleicht habe ich auch irgendetwas hier gerade übersehen. Ähm... Und zwar folgendes. Ich benutze das ganze Ding jetzt einfach mal von der... Ähm... Wo habe ich denn mein Interface jetzt bitte? Wo ist mein Interface hin? Hä? Hä? Mein Interface. Mein Interface ist weg. Hä? Interface? Interface? Wo ist mein Interface? Ach, das lädt es dann noch drunter. Ich wollte gerade sagen, wo habe ich um... Beziehungsweise wo habe ich die ganzen Disks gehabt bitte? So, jetzt haben wir es hingekriegt. Ähm... Einen Augenblick. Das nehme ich da mal raus. Und setze das mal da hin. Ähm... Teilen Circuit gecraftet. Okay. Ein Augenblick. Das sollte mich jetzt wundern. So. Eventuell klappt das ja echt nur von den Seiten. Kann man... Kann man sonst nichts machen. Ähm... Ähm... Missing Five. Simulation. Kann er die nicht craften? Oder was? Ach stimmt, weil er das Rezept davon jetzt nicht hat. Ähm... Das hier? Das könnte er. Ach, er weiß wieder nicht, wie er alles machen kann. Er weiß wieder mal nicht, wie er alles machen kann. Okay. Einen Augenblick. Ähm... Das heißt folgendes. Folgendes, folgendes, folgendes. Ich nehme das Ding auch nochmal ganz kurz weg. Mit den ganzen Rezepten. Und das Dinger. Äh... Hat er den Furnace auch gecraftet? Hä? Ach. Okay. Ich bin verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Nehme ich das Kabel weg. Craftet es. Lass ich es dran. Craftet er es nicht. Strange. Sehr strange. Funktioniert das? Sechs scheinbar nicht. Ah, jetzt sagt er auch die Verbindung an. Äh... Das müsste da auch jetzt drin sein. So. Ah. Hä? Ne, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. So. Ähm... Einen Augenblick. Wir gucken nochmal. Also jetzt müsstet ihr theoretisch craften können. Das wäre doch verrückt, wenn es nicht gehen sollte. Next. Unable. No Crafting CPU. Was? Haben wir echt zu viel jetzt auf dem... Auf dem... Wir haben zu viel, denke ich mal. Aber die Crafting CPUs jetzt nicht mehr dazu passen, ne? Ich glaube, es sind einfach zu viele gerade. Ähm... Dann machen wir mal folgendes. Wie viel habe ich denn von dem Kabel noch? Nicht mehr so viele. Nicht mehr so viele. Dann machen wir mal folgendes. Wisst ihr was? Wir machen das mal hier. Beziehungsweise... Ne, wir machen das hier. Ups. Da wäre ich ja fast runtergefallen. Äh... Machen das mal so. Schlagen... Nehmen... Beziehungsweise die Dinger mal ganz... ganz kurz hier eben weg. Das kann nicht anders sein, als dass die Crafting CPUs fehlen. So. Dann setzen wir die nämlich hier jetzt einfach mit dazu. Ähm... Die gehen sozusagen von der Seite. Jetzt hat er noch 5. Okay. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber okay. Er zeigt ja eigentlich nur 5 an. Und 8 können wir über das Kabel eigentlich nicht laufen lassen. Start. Start. Ähm... Da nicht. Hier schon. Okay. Ähm... Was auch immer zur Hölle gerade nicht laufen will. Ich werde es herausfinden. Und dann... Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ähm... Ja. Werde ich es herausfinden und euch beim nächsten Mal zeigen. Normalerweise sollte es eigentlich locker laufen. Locker funktionieren. Locker flockig. Ich werde es definitiv jetzt nochmal hier prüfen. Aber es kann ja immer mal passieren. Ähm... Wie gesagt. Normalerweise haben wir nichts falsch gemacht. Eigentlich ist alles so korrekt, wie ich es aufgebaut habe. Aber wahrscheinlich haben auch schon die ersten... Ja. Ersten Leuten wieder gesagt. Zitek. Blöder Fehler. Da und da. Aber okay. Ich werde ihn definitiv denke ich mal... Huch. Definitiv denke ich mal finden. Ähm... Und... Dann zeige ich ihn euch nächste Woche. Nächste Woche wollte ich schon sagen. Nächste Folge natürlich. Ähm... Wo er gelegen hat. Und wie man ihn löst. Bis dahin erst einmal. Ciao, ciao.